Ja, willkommen bei Cuma11 Homework. Was macht man, wenn der Sturm kommt? Also der Sturm kommt jetzt quasi. Die Fensterläden sind alle unten. Sabine ist auf dem Vormarsch. Wir dürfen nicht rausgehen oder gehen jetzt nicht mehr raus. Mittlerweile ist es ja auch schon ein bisschen später. Aber wir warten den Sturm ab und vertreiben uns die Zeit hier zu Hause. Tja, was macht man da? Mein Sohn hat eine Idee. Dann gucken wir mal. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Da denke ich, es ist an der Zeit, ihm jetzt mal das Abrollen beizubringen. Hey, ich kann mich abrollen. Du kannst dich abrollen? Okay, dann zeig mal. Hier auf dem Teppich? Ja, auf dem Teppich, ohne das Ding. Ja, schon mit einem Stratzen. Hey, so! Braucht er nicht, reicht. So, dann so. So? Ja, das gucken wir mal. So? Gucken wir mal, kleinen Moment. Ich mach's dir einmal vor. Boah, nee, das soll aber der Maris nicht lernen. Warum nicht? Weil das mir zu knapp mit dem Kopf ist. Nein, nicht. Nein, nicht. Soll die so. Was du achten musst, ist, weil er immer noch... So, du machst. Ja, ja, also, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst. Und du kommst, du kommst. Zack. Tschüss. Genau, nicht mit dem Kopf einschlagen, das wäre wichtig. Ja. Oh, das tut doch weh, Kinder. Geht mal runter lieber ein bisschen boxen. Das kannst du ja deinem Gegner auch sagen, du kannst ihn nur von der Seite hauen und nicht gerade. Der beste Kämpfer ist der, der niemals kämpfen muss. Der beste Kämpfer ist der, der niemals kämpfen muss, außer es ist ein Notfall, wenn er kämpfen muss. Das ist richtig, aber meistens kann man ja weggehen. So, und jetzt machst du den Hebel, guck mal, zack, Arm nehmen und übers Bein legen, ja genau, au, genau. So, und dann Kopf runter, dicht und dicht ranziehen, ranziehen, genau, super, super. Du Krümelmonster, du lässt mir ein paar Schipps übrig. So, also, so vertreiben wir uns die Zeit mit dem Warten auf den Orkan Sabine. Und der soll ja in den Medien zur Folge sehr, sehr stark sein. Und ich meine, 150 kmh ist schon an. 140, ich verstehe mich. 140, okay. 140. Also, es sind nur 140 kmh, dann ist er eigentlich. Okay, ja, also toll, toll, toll für euch alle, dass niemandem was passiert und dass nichts wegfliegt. Und ja, dann warten wir mal weiter und wir sehen uns. Tschüss.